Hallo zusammen, nach dem ganzen Wahnsinn der Corona-Maßnahmen und der sonstigen Corona-Pandemie-Aktionen Endlich wieder normale Bilder, der 1. Mai in Berlin, das ist doch vertraut, da fühlen wir uns richtig wohl und geborgen Auch die Ordnungshüter sind in vertrauter Umgebung und können nach den vielen Corona-Maßnahmen Demonstrationen, die die ganzen Querdenker und Rechtsradikalen veranstalten Sich endlich wieder beruhigt zurücklehnen, ein paar Steine, ein paar Flaschen, das macht ja nichts Alles geht weiter wie bisher Da lohnt sich dann auch ein weiterer Blick in die Zukunft Die nächsten Wochen werden geprägt sein von Schlagwörtern wie Freiheit für Geimpfte und Genesene Wobei es interessant sein wird, wie man den Begriff Genesene dann genau definiert Wir haben ja schon einige Vorstellungen, also wer negativ getestet wurde, der kann leider dazu nicht sich zählen Der darf dafür einkaufen, das hatten wir ja schon gesagt Und wer positiv ist, ja der darf nicht einkaufen, aber der darf dann nach einer Karenzzeit von 28 Tagen Für 5 weitere Monate als Genesen ansehen Nun gut, das ist die neue Normalität, da müssen wir uns dran gewöhnen Aber das passt auch alles ins Bild Den Kindern erzählt man Märchen und den Erwachsenen erzählt man, es gäbe eine Matrix, in der wir leben Nun gut, das ist vielleicht ja auch ein Märchen, das wissen wir nicht Die Realität sieht ganz anders aus, das sehen wir hier auf dem Bild Alles ist in bester Ordnung Professor Drosten forscht weiter und seine Kollegen sind auch auf einem guten Weg Also wie gesagt, es kann überhaupt nichts passieren Alles ist von Experten fachlich fundiert dargestellt Auch in der Politik läuft alles normal weiter Man weiß ja so aus Insiderkreisen, dass eine gewisse Portion Vitamin B nicht schlecht ist fürs Vorankommen Möglicherweise ist die eine oder andere Vorstellung oder der eine oder andere Traum einer gewissen Altersstarrsinnigkeit geschuldet An dieser Stelle wollen wir auch noch gleich Annalenas Träume etwas relativieren und sie in die Realität zurückholen Sie hat noch einen wirklich schweren Brocken aus dem Weg zu räumen Auf dem Weg zum Thron der Republik Wir sehen also, die Experten, Fachleute und Spitzenpolitiker in unserem Land stehen der internationalen Elite um nichts nach Die First Lady und ihr eleganter, kraftvoller Gatte, der Präsident der größten und mächtigsten Nation der Welt, weisen den Weg Und wie es sich für ein ordentliches Märchen für Erwachsene gehört Kommen auch sämtliche andere Charaktere zu Wort und werden berücksichtigt Man muss ja ein volles Programm gestalten Da gibt es dann Könige, Räuber, Hexen und Sonstiges Aber auch die ganzen guten Mitspieler wollen wir nicht vergessen Die Einordnung, liebe Leute, Freunde, überlasse ich euch Es ist alles schön Tja, und wenn dann beim Staatsbesuch der Hund des Gastgebers an den Kamin pinkelt Dann ist die Welt für alle Erwachsenen in Ordnung Freunde, die haben ihre Welt Wir haben unsere Unsere Welt ist, äh, ja, schwierig geworden Aber wir schaffen das Bleibt stark, bleibt aufrecht, bleibt gelassen Es bröselt, es bröckelt, es wird Habt einen schönen Sonntag, bis dann, tschüss Bis dann, 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 bis dann Vielen Dank.